Durch den Klimawandel geraten auch Wanderwege unter Druck. Starkregen, Permafrost und Temperaturschwankungen lösen Steinschlag und Hangrutsche aus. Die Verantwortung für die Sicherheit der Wanderwege nimmt zu. Mit der Infrastrukturanwendung Street Trace gibt es ein einfach bedienbares Werkzeug, welches Sie bei der Verwaltung, Pflege und dem Schutz Ihrer Wanderwege unterstützt. Sowohl online wie mobil werden die Wanderwege und Ihr Zustand erfasst und mit Fotos, Videos, Notizen unterlegt. Das dafür eingesetzte Formular ist frei wählbar. Es kann auch jederzeit angepasst und erweitert werden. Mit Verbindungen zu Office 365 mit Word, Excel und anderen Werkzeugen bauen Sie eine für alle Beteiligten nutzbare Informationsplattform auf. Idealerweise wird für das Erstinventar eine Videobegehung organisiert. Damit lassen sich alle Schwach- und Schadenstellen festhalten und in der Karte hinterlegen. Besonders gefährdete Stellen werden markiert. Das Formular kann Etappe, Länge, Breite, Höhenlage enthalten, sodass bereits im Büro ein guter Eindruck von der Situation vor Ort geschaffen werden kann. Wie bei anderen Kartensystemen auch, können Sie beliebige Hilfskarten von Kataster, Kanton, Zwistopo einbauen. Alle auch in drei Dimensionen. Dies ist eine der großen Vorteile der Wanderweg-Unterhaltskarte von Street Trays. Sie können das Gelände in seiner wirklichen Beschaffenheit sehen. Sie können Ihr Wanderweg-Netz auch als Portal öffentlich zugänglich machen. Hier ein Portalbeispiel als öffentlich zugängliche Karte. Sie bestimmen, welche Themen gezeigt werden. Die hinterlegten Informationen, Fotos, Videos sind auch im Portal, wenn von Ihnen gewünscht, aufrufbar. Sie können beliebige Informationen, Hilfedateien, Links zu anderen Inhalten und anderes mehr im Portal verlinken. Auch die 3D-Ansicht ist hier einschaltbar. Wir wählen eine Relief-Hilfskarte dazu. Besucher, aber auch externe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Kartenpflege erhalten einen realistischen Eindruck. Die Luftaufnahmen der Zwistopo vermitteln ein sehr realistisches Bild des Geländes. Aber auch Gefahrenkarten oder besondere Highlights lassen sich einbinden. Wanderer, welche Schäden feststellen, senden Ihnen die entsprechenden Fotos zum Einbauen. Das Wandernetz bleibt so ständig aktuell und kann regelmäßig gepflegt und gepflegt werden. Das Formular steht sowohl mobil wie am Desktop zur Verfügung. Hochgeladene Bilder werden vor der Veröffentlichung zuerst geprüft. Schauen wir uns noch die Mobile-App genauer an. Sie ist einfach bedienbar und berechtigte Personen können vor Ort Informationen abrufen und neu hinzufügen. Sie bewährt sich seit Jahren in zahlreichen Schweizer Gemeinden für den Straßenunterhalt und Infrastrukturverwaltungen. Und die gleichen technischen Vorteile nützen wir nun auch für Wanderwege. Denkbar sind zudem die Erfassung und Verwaltung von Wildbachverbauungen und Forst- wie Güterwege. Durch die einfache Verbindung von mobiler Anwendung und Online-Karte erhalten Sie ein sehr zukunftssicheres Werkzeug für viele wichtige und sinnvolle Aufgaben. Die Einarbeitungszeit ist kurz und die Bedienung ähnlich wie Apps der sozialen Medien. Auch hochgenaue Standortmessungen sind möglich. Die Mobile-App kann mit einem professionellen Satellitenempfänger verbunden werden. So erhalten Sie Genauigkeiten zwischen 50 bis wenigen Zentimetern. Lassen Sie sich bei einer persönlichen Demo informieren. Gerne laden wir Sie zu einem Online-Video-Meeting ein.